Liebe Petrus, zu einer nächsten TV gehört auch immer ein neues Plakat. Gerne hätten wir das wie immer auf der Boot bei euch in Düsseldorf überreicht. Leider hat das ja nicht geklappt, wir alle wissen warum. Und so hoffen wir mit dem neuen Plakat, was wir dir demnächst zuschicken werden, werdet ihr einen würdigen Platz bei euch in der Messeleitung finden. Und darüber hinaus freuen wir uns natürlich, wenn du und dein ganzes Team im Juli in Travemünde dabei seid. Ja, wir werden gleich ein schönes buntes Plakat sehen. Das passt zu dem Programm der diesjährigen Travemünder Woche. Ein bunter Mix aus allen Klassen und Meisterschaften. Das fängt bei den Hobbys an, die Europameisterschaft machen. Die IQ-Foils sind dabei, die Formula Kites sind dabei, damit wieder zwei kommende olympische Bootsklassen. Wir haben IDMs, also deutsche Meisterschaften von den Findlingis und den Volkebooten. Also etwas traditioneller, sage ich mal. Also ein breiter Mix von alt bis jung, von schnell bis langsam ist wieder bei der Travemünder Woche dabei. So, hier kommt unser Plakat, was wir jetzt hier entrollen werden. Und was demnächst zu dir nach Düsseldorf kommt und besorge einen schönen Rahmen und hänge es auf, halte es in Ehren. Und wir freuen uns auf eine kurze Antwort von dir, ob es gut angekommen ist. Herzlichen Gruß zurück an unsere Freunde in Lübeck vom Booteam und von der Boote Düsseldorf natürlich. Lieber Frank, lieber Jens, vielen Dank für eure Unterstützung, für die tolle Vorbereitung und Organisation der Travemünder Woche. Ich glaube, wir werden sehr viele internationale, schöne Regatten erleben können. Wir freuen uns riesig drauf und die Segler auch. Und danke auch für das tolle Plakat, das ihr uns geschickt habt. Sieht gut aus. Liebe Frauke, herzlichen Dank. Hast du wieder toll gemacht. Kann man nicht anders sagen. Wir freuen uns auf jeden Fall bei euch zu sein im Juli zur Travemünder Woche. Und die Segler freuen sich bestimmt auch. Alles Gute bis dahin. Viel Erfolg vor allem. Tschüss.